Das Geile ist, ihr möchtet jetzt nie wieder Knoblauch schönen. Das könnt ihr für alles verwenden, für Steaks, Suppen, Salate, was auch immer, für Dressing. Knoblauch einfach so durchschneiden. Auf 4 Knoblauch nehme ich 1 Liter Öl. Und jetzt wird es gemixt. 10 Minuten bei 100 Grad. Wenn es das nicht geht mit den 100 Grad, geht einfach nur mixen. Ziemlich laut! Es brennt jetzt ein bisschen richtig schön in die Augen und in die Nase. Und jetzt tun wir das ganze durch Vitamin durch. Da haben wir das jetzt abtropfen lassen und dann kriegen wir wirklich ein klares Öl. Unser Knoblauchpasta störe ich jetzt über Nacht auf der Rasse und dann tropft es wunderbar ab. Da ist er jetzt drinnen, unser Knoblauch. Das füllen wir jetzt ab. Macht es jetzt unbedingt nach und folgt es für das nächste Rezept. Ciao, Eiche Dominik.